Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuesten Video hier auf Easy Money. Ich hab heute mal wieder den guten, alten Vince am Start. What's poppin', brother? Digga, er macht direkt auf Sketch wieder. What's up, brother? Leute, wir zocken heute 1v1 in College Football 25. Wir werden random Teams benutzen. Ich würde sagen, lass mal maximal 4 Minuten ein Viertel machen, Digga, sonst dauert es mir zu lang. Easy. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert natürlich, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und wenn ihr das nächste Mal live dabei sein wollt auf Twitch, dann folgt mir gerne unter easymoney-official. Oder folgt natürlich auch gerne Vince unter hoodie-vince. Der streamt nämlich auch auf Twitch und ist jetzt auch tatsächlich aktiv auf YouTube, ne? Yes, Premiere heute. Premiere, boys. Clap it up, come on, boys. Der Typ ist jetzt ein fucking YouTuber. Fabo, vielen Dank für den Sub, Bro. E-Renn, Mann. Kuss auf die Nuss. Wollen wir so machen, ich lade dich einmal ein und dann lädst du mich einmal ein. Dann haben wir das abwechselnd mit Home-Field, das wäre nicht safe. Lass doch sagen, wenn der Overall-Wert 8 Punkte, ne, warte. Abweicht. 8 Punkte ist schon ganz schön viel, oder? Wollen wir 5 Punkte abweichen? Ja, easy. 5 Punkte abweichen ist okay. Das ist der Rahmen und dann machen wir einfach beide 3 Mal Zufall. Oh Gott. Oh, Digga, ein Punkt Unterschied. Digga, direkt das Arschritzen-Game zuerst. Digga, lass das mal machen, bitte. Lass mal einfach ausprobieren. Dann, Digga, würde ich sagen, auf ein gutes, wa? Let's go, yes, sir, yes, sir. Digga, ich habe noch nie gegen dich in dem Game jetzt gespielt, ne? Nein, ich habe auch schon gesagt, das habe ich geschrieben, weil ich so war in so einem Chat. Digga, es gibt noch nicht einmal, dass wir zusammen irgendwas hier gezockt haben. Bro, als ob das College so ein crazy Intro hat. Das Stadion ist fucking packed. Digga, wir sind beliebt. Von wo bin ich nochmal? Ich habe schon wieder vergessen, Digga. Middle Tennessee State, ja, okay, aber ist auch Tennessee, das ist so ein Südstaaten-Ding, ne? Mit dem Football, das muss ja dann schon groß sein, irgendwie. Am Arsch habe ich aktuell Kohle. Ja, Digga, fiel ich. Nein. Oh mein Gott, Vince. Oh, bitte, 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 bitte. Tschö. Da habt ihr den Clip versaut, ne? So. Was ist das für eine Luke im Stadion? Wir fielen nur in die Mitte. Nein. Och, Digga. Okay, erstes saftiges Play. 100 Subs für den Gewinner. Bro, wir sind nicht Mont oder so. Ja. Nee, okay. Ah, ich sehe schon, jemand mag Run-Plays. Ja, erstmal kurz warm werden, Digga. Ich check schon, Digga. Ich habe gestern gar nicht gezoppt, Digga. Ich habe gestern ja wirklich kurz vor zwölf. Kommt hin. Okay, okay, okay. Absolut. Muss ich kurz nehmen, auch wenn es lame ist. Boah, warte ein Cut, Digga, warte ein Cut. Nein. Boah, ich bin doch weg. Gefällt mir auch nicht. Ach nein, Jet Sweep ist auch so wie dieses Man. Ja, das stimmt. Das Man-Polish. Let's goooot. Findest du die größte. Erster TD. Das schaffst du dich. Oh, komm. Uff, Digga. Ja. Schöner Cut, Digga. Digga. Nein. Digga. Oh mein Gott, Digga, der ist so toll. Hallo. Hallo. Oh, nein. Wer hat den? Oh, nö, du Gott. Gott sei Dank. Das ist krass. Oh, Digga, aber was wäre ich, QB cold? Sahne schnutzig. Och, hör doch mal auf. Zu. Nein. Oh, okay. Ne, nicht dritter und drei. Und dazu einfach reiß. Ach, Digga. Uff. Okay. Ja, nein, mein QB ist absolut kalt. Man weiß nicht genau wieso. Wahrscheinlich wegen dem Fumper, aber eigentlich läuft der Driver gut. Okay, saftiger Hit. Das war auch mehr Lack als. Oh, Digga. So. Jetzt bitte mal Kick-Off-Return-Touchdown. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Digga, der ist weg. Mit Ansage, Bruder. Oh, das ist doch, Digga, nee. Auf jeden Hawaii, Digga. Ja, das ist krank. Let's go. Boah, Digga, es switcht alles um. Was da los? Oh, ich bin voll drauf reingefallen. Schönes Play. Schönes Play. Schön, Junge. Da kommt der Dealer nochmal durch. Ach, ist das Pussy, Junge. Pussy, Jo. Oh, mein Gott, Bro. Ich dachte erst kurz, er hördelt jetzt zwei, aber dann übelst die Stelle noch gekriegt, Digga. Komm, 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 vorbei. Nein, ich wollte sogar direkt rein. Oh, geht dafür. Go voll. Go voll. Oh. Boah. 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 Oha, okay. Was denn? Kein T-O-B. Oh, mein Gott. Okay, time out. Ich hab den schon. Ich hab den, Digga, wäre das jetzt ein Bama-Receiver gegeben, der wäre durch. Maybe, maybe. Komm, Junge. Digga, was hat denn der DB für ein Speed? Auf einmal holt er ihn wieder übelst rein. 14, 14 zur Halbzeit. Digga, die 92. Tough. Ja, Junge, die geht richtig ab. Boah, schön, Junge. Oh, komm, Mann, ich hab das gedacht. Oh, nice save tag. Jö, jö. Eigentlich wollte ich slideen, aber wild. I, 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 I. No, let's go. Oh, dieses ekelige. Das ist richtig schlimm, dieses. Digga, das ist diese, in dem Game wirklich krass, Bro. Nein. Oh, Mann. Oh, Gott. Der Running Back ist die ganze Zeit so krass, Digga, und dann kriegt er den Catch nicht. Also, Bro, das war ein... Boah, den hätte er haben müssen. Ey, das tut weh. Sweet home, ey. Give me that shit, boy. Oh, ich lass mich verladen, ey. Ich probier mal jetzt was krasses. Ich danke für den Follower, mein Bester. Ich probier mal jetzt was craziest. Ach, Bro. Verziehe ihn doch nicht so. So, drei Sekunden. Damn. So müsste der doch gehen. Alter, ist das schnell. Du musst die Crowd einhalten. Komm. Digga, der geht schon wieder daneben, oder? Bro, ich check das nicht, Digga. Oh, ich soll, ich soll. Boah. Schön. Mach dir dieses Stress, ja. Ach, Digga. Oh, schönes Tackle. Oh, Gott. Boah. Oh, Gott. Digga, warte mal. Boah. Oh, shit. Boah. Oh. Na, ach, Digga, ist Arten. Digga, let's go. Ich hab den sogar auf. Ich hab das... Ach, Digga. Ja, ich weiß, du hast es anticipated, du wolltest darauf warten, ich hab's auch gewillt, Digga. Und dann knallt er aber in deinen O-Liner rein, was halt abs... Äh, egal, egal, egal. Digga, es macht viel mehr Bock als Madden, finde ich. Ich muss mir noch dein Video reinziehen, aber... Ganz ehrlich, also das, was ich... Ich hab's ja gerade auch schon ein bisschen gesagt, Bro, also es ist halt... Eigentlich keine 80 Euro wert, so. Madden? Also, ja. Also, ich sag's jetzt schon, diese One-Handed-Catches werden einfach nur... Dang. ...für Salzgehalt sorgen im Ultimate Team. Ja, das hab ich... Oder es wird dann wieder rausgenervt, wie es der hat mit dem Patron-Rombs Sidearm-Pro da... Ja, was ist eigentlich mit dem passiert? Den gab's irgendwie dann nie, wahr? Wurde rausgenervt, weil er zu gut war. Loy. Das war das, was ich hab mit dem One-Handed-Catch-Meintel. Das ist dann für ein paar Wochen gleich drin und dann nehmen sie es raus, weil es alle abfuckt. Digga. Dü, 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 dü. So, Jungs, das war das erste Game. Äh, 26-14 gewonnen mit Middle Tennessee State gegen South Alabama. Jetzt jumpen wir rein ins zweite Game und diesmal bin ich auswärts und Vince heim. Und dann schauen wir mal, was wird. Okay. Das ist okay. Ja. Das ist okay. Marilyn und mich sogar gern. Die haben ein geiles Feld. Alright, dann rein da. Es gibt eine Art, wie man einen Kick machen kann, den kann man nicht returnen. Der ist unreason. Ah. Oder gibt es Standardpass überhaupt noch in College Football? Mann, Junge. Die sind so dumm, Digga. Wie kann man so lange brauchen, um Screenpass zu werfen, ey? Oh, ist aber auch geil. Das habe ich auch noch nie gesehen. Schön. Schön. Junge, der ist weg, oder? Nein, doch nicht. Okay, Franklin. Big boy. Aber schön, das war richtig auch so gefühlt. Hast du schon so Backshoulder, aber so den Rücken halt, das war halt. Guter Buch. Ah. Oh, mir kommt der so durch. Nein. Let's go. Man, diese End-Around runs irgendwie, die sind richtig, mein guck du nicht. In-Around runs irgendwie, die Krim, die sind richtig, mein guck du nicht. Pum, Digga. Nein, da würdest du schon verstehen, Digga. Bin zu, was sich verändert seitdem du angefangen hast mit YouTube. Oh. Kommand. Selten. Tick. Och Gott, ist das schlecht. Arnold. Ist das schlecht. Was? Der Cord�? Was ist die QB? sehr schön also auch gar kein let's go edwards junior mit api o kommst du digga das ist verrückt der wie klein und skinny ist dieser receiver der wird noch so eine bombe kassieren der fülle die gab es zum dünnen was ist das für ein physisches spiel wenn ihr hier so wollen durch wisconsin jungs b morgen war viel zu jünger weiterkrankheit heilten das war wirklich heftig wir wollen hier nur ein bisschen zum fun zocken ich wollte sagen Okay, dritter und zwei anderthalb Minuten noch, Vince. Oh mein Gott, Bro. Krass. Krass. Castiano. Oh, okay, bitte nicht fummeln, danke. Okay, bitte nicht fummeln, danke. Ja, ja. Würf ihn, würf ihn. Och, Digga. Bitte. Danke. Wichtiges Deckel. Okay, okay, komm, komm, komm. Digga, komm. Ey, Bro. Das ist so geil, wie du bei dem Play gerade so still warst. Schön. Ja, das ist der Turnover von der Defensive. Run, Boy, run. Oh, wie gesagt. Ja, ja, genau. Oh, ich wollte dich so wegballern. Die Jungs sind da echt gut. Digga, der Juke ist geisteskramm. Wow, mit der Quartnerin. What the fuck, Digga. Beim Talent vorhin auch rum. Billy Edward Junior mit Schnauzer, Digga. Das ist respektlos, Bro. Ich dachte, der ist halt ein Hals-Tattoo, aber es ist dieser Goaty Bart, dieser Kinnbart. Wir werden gerade von Billy Junior vernascht, Digga. Ihr werdet gerade vom richtigen Bamber-Kampfschirm, Digga. Digga, von Billy Junior mit Schnauzer, Digga. Das ist... Das ist crazy. Und der Typ ist komplett shifty. Rufen und dann selber mal berichten. Schönes Ding. Boah, schöner Pass. Danke, danke. Oh, geile Catch-in-Animation. So in den Jump. Ja, fand ich auch. Das sah realistisch aus. Ihren zweiter Channel, Strawberry Park. Haben die aber ich auch meistens überall verlinkt. Stickwork. Oh, weil auch in die Vorbereitung, Planung oder auch Umsetzung so viel... Oh, der Country-Boy. Denkst du? Na gut, Akio. Ähnliche Sache. Oh, schöner Hit, Digga. Damn, Bro. Die Jukes sind echt huge. Hi, was geht? Turkey, grüß dich. Alles fit? Nein, 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 nein. Ach, Mann. Also, das kostet mich so das Spiel, Jungs. Digga, let's go. Schön. Oh, Digga, der hat, glaube ich, wehgetan. Digga, der ist zwei Köpfe kleiner. Was war denn da bei dir im Chat wegen Experten? Was wollten die wissen? Der Touchpass wieder? Nein, der geht auch. Nee. Wie der Rest von uns allen eigentlich. Ja, sorry, Bro. Also, je nachdem, was es für ein System ist, nicht gerade viel Spielraum. Schönes Ding, Digga. Let's go. Ist das? Oh, loil. Was war das denn? Das sah nicht gut aus. Ah. Der hält den Rest bitte. Also wirklich viel vom Wetter. Ah. Schöner Pass. Oh, schöne Route, Dicker. Da wurde ich vernascht, Bro. Kommt wieder mit dem Pitch, Dicker. Oh, schöner Hit. Was? Oh, mein Gott, Bro. Das hätte jetzt alles rumgedreht, Dicker. Ja, Dicker. Oh, mein Gott, ja. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Junge, der Stickwork ist kriminell. Dicker, GG. Okay, Tennessee Volunteers. Das ist relativ ausgeglichen. Wollen wir die beiden Dinger nehmen? Let's go. Verarsch mich jetzt nicht, Dicker. Nein, nein, nein. Wo, 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 wo. Nee, nee, nee. Dicker, was ist das? Jetzt werden wir uns zwei, let's go. Okay, Hauptsache rüber da, Alter. Unvorbereitet den Stream angedacht. Wirf ihn in die Mitte, komm. Bro, warum? Wie kann man so langsam werfen? Schön, easy. Nice. Nee. Hilfe, was denn das für Wülfe? Den habe ich aber diesmal wirklich gefreefomt, Dicker. Mit L2 und nach unten gezogen. Der war richtig schön, Dicker. Tschau. Let's go. Ach, das ist okay. Schön, saftig. Ja. Let's go. Erster Drive standgehalten, Dicker. Tyreek Hill oder was? Okay, hast du gut gemacht. Nicht auf die Insider gehen. Nee. Boah, let's go. Get off me, boy. Get off me. Na, ich dachte, diesen Hitsikel ist gut gesetzt. Wahrscheinlich sogar KI. Nein. Nein. Das ist jetzt nicht mal welches gut. Leute, ich hab's Play, es wird später, und das funktioniert nicht, weil ich weiß, auswärtsstelle. Boah, krass. Boah, shit. Wie schnell kam der denn durch, Alter? Dicker, was macht die 60? Er lässt ihn ja einfach komplett durchrennen. Nein, das war nicht Backshoulder. Was machst du da für eine Scheiße? Dicker, ich wollte ihn. Dann geht das jetzt richtig dick nach hinten los. Bro, bro, ja, ist vorbei, ja. Dicker. Was sollst du machen, auswärts? Alter, das ist krass. Dann kann ich euch auch nicht wirklich weiterhelfen, ne? Was ist das denn? Dicker, Human Joystick, anderes Level, Alter. Chillig. Ja, nice. Alright, Dicker, alright. Du musst in der zweiten Hälfte jetzt echt mal zurückkommen. Ach, Dicker, das kann ich vergessen. Auswärts. Auswärts ist... Bro, wie redest du? Du musst believen. Jetzt kommt hier irgendeine wilde Option, Dicker. Okay, doch nicht. Damn, Alter. Ich will juken. Das war eine richtig geile Animation vom Titan, Bro. Das sah so geil aus, wie er sich vom Rücken abgedrückt hat, mit so einem geilen Swim-Move irgendwie mäßig. Das war echt nice. Das ist eine wilde Formation bei 2017. Oh, ich bin wieder mies drauf reingefallen. Oh, Bro. What? Oha, Dicker, einfach komplett durchgetankt. Dann kommt man gar nicht mehr klar und wird krank. Nein, nein. Wirf den noch niedriger, du dumm... Das kannst du rausschauen. Oh, let's fucking go, Dicker. Jetzt haben wir mal unser Big-Name-Game, Digga. Letztes Game des Tages gegen Vince in diesem Video, Leute. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Folgt bei Vince rein auf hoodie-vince. Folgt bei mir rein auf easymoney-official. Rein da. Boah, smart, Digga, smart. Boah, hallo. Junge. Damn, Bro. Schön, Alter, wie der sich raufschmeißt, Junge. Das ist nicht wrestling. Boah, gut, gefreefowned, Alter. Uh. Junge, jetzt kommt der DB mit dem Cropped-Jersey und der Backplate. Pass-Probe ist jetzt geil. Aber ich habe auch noch nicht QV-Karriere gezockt. Vielleicht ändert sich das dann. Uh, uh, sick. Boah, Digga. Yo. Ey, warte mal, ganz kurz Pause, Digga. Ganz kurz Pause, warte mal kurz. Der gute Rezi, Digga, der, glaube ich, hat gerade fünf Abos verschenkt, Bro. Yo, Digga. Kuss auf deine Nuss. Digga. Okay. Oh mein Gott, Alter. Oh, na. Digga. Bisschen verrückt, dass er da jetzt von anscheinend einen Risk hat. Schönes Ding, Digga. So ein Lieder. So, es ist Toughness Rank 12. Die Routen wackeln ordentlich, auf jeden Fall. Digga, die QB scramble sind. Boah, krass, dass er den nicht fumbled, ey. Oh mein Gott. Shit. Nah. This is crazy. Nah, 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 nah. Oh mein Gott, Bro. Bro, ey, der jetzt, sag ich, hab dann das Team ausgewählt, sag ich, hab nicht mehr Assistenz, ist halt okay. Ah, shit, jetzt hab ich noch ein Fragezeichen überm Kopf, arschgelle Nummer. Stark, der geht durch. Der geht durch und der geht weit. Boah, let's go. Woah, what the fuck is happening? Minus 5. Ey, das kann nicht sein, Alter. Ich fühl's da. Also an alle, die überall zuschauen. Cool. Nein. Schöner Hit, Digga. Nein, Screen. Nein. Digga, er hält an und springt dann einfach rüber. Hast du ne Einschätzung, wie Colorado dieses Jahr spielt? Oder? Keine Ahnung. Oh, scheiße, waren die starken. Keine Ahnung, Bro. Coach Prime wird das schon gucken, das geht nicht so weiter. Alright, Digga, Halbzeit. 3 zu 0, wir brauchen mal Touchdowns. Jetzt Bekit. Ja, Digga, der ist schon wieder weg. Auf und davon. Ah, ist das Boden los. Auf und davon. Junge, da ist ein Content-Aufbau. Ja, dann sowieso, aber deswegen müsste ich dann mal... What the... What? Soll ich jetzt Angst was zu machen? Damn, was machen die? Alter, er hechtet wie ein Vollidiot Digga, was? Digga, der macht so Spaß zu spielen Oh nein Digga Randa Mann, Bro Weil dann Leute fragen, ob das was für Fortgeschritten ist Oh Schön, Alter, das war krasse Defense aber auch Oh, schönes Play, Junge Digga, die Zeit tickt davon, Alter, was ist denn das? Oh nein Oh nein Oh, ey Der DB wurde so geguckt, Digga What the fuck? Regis Timo, geil ist das, oh wist, die haben echt geile Korner weg Okay Hump die Crowd ab Schön Das gefällt mir Na Aber das wollte ich nicht, wollte ich nicht tun lassen Das ist die Defensive Linie, die die Runde zu schrauben Nice Oh nein, ich hätte hier gelogen Hey, hey, renn doch weiter Digga, arschgeile Nummer wirklich Digga, der Wurf, er hat ihn einfach in den Boden geworfen Krass Digga, die rennen einfach, was sie wollen Nein Den hat er nicht Digga, er hatte eine Go-Hoot und wenn er etwas mitten in die Mitte vom Feld Also er, als hätte er eine Post Er ist Naubox stark, also hab ich jetzt zumindest gegen mich Komm, Junge Oh mein Goood, Digga Ich 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 kann's hier installieren, Digga Ich kann's hier installieren Ich glaub das gerade nicht, Digga Ohh Oh What the fuck war das Alter Wie Nein Stark's Play Digga Wieel, Winch 3 Jahre für seinen Drys braucht Damit lebe ich Oh mein Gott Boah Leute, das war's mit diesem Video 1v1 gegen Vince McMahon Folgt dem Jungen gerne auf Hoodie-Winz auf Twitch und auf YouTube Digga, wie heißt du eigentlich auf YouTube? Auch kleingeschrieben Hoodie-Winz So wie auf Twitch ganz easy Feuchtig finden Nice Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da Wenn ihr wollt, dass wir nochmal eine Revanche machen In einem anderen Video Lasst es mich in den Kommentaren wissen Abonniert natürlich, wenn ihr Neues oder Nächstes mal verpassen wollt, Leute Und dann würde ich sagen Haut rein Bis zum nächsten Video Bis dahin Euer Eric Vince, sag mal ciao Ciao, boys